...Alarmanlage gesichert gewesen. Und die hätte anschlagen müssen, als das Gemälde entfernt wurde. Ich musste herausfinden, warum sie das nicht getan hatte. Okay. Ach, guck mal. Darum wurde also kein Alarm ausgelöst. Ein Kabel war durchtrennt worden. Und zwar von jemandem, der genau wusste, was er tat. Das war ein Insiderjob gewesen. Das war die Sirene der Alarmanlage. Sie hatte keinen Mucks von sich gegeben, als das Gemälde gestohlen wurde. Der Knopf überbrückte das Druckplattensystem. Das durchtrennte Kabel hatte die Platten deaktiviert. Okay. Die Druckplatte funktioniert nicht. Aber weil das Kabel durchtrennt war, ging der Alarm nicht los, als man das Bild entfernte. Okay, sonst haben wir hier nix. Die Druckplatte... Aber weil das... Ja, ja. Okay. Dann wieder raus. Haben wir den da unten? Gar nix. Gemälde, gemälde Tür. Wir haben doch hier eine Überwachungskamera. Die Tür war mit einer Code-Tastatur gesichert. Die Kabel von der Kamera liefen in das Zimmer dahinter. Die Kamera muss den ganzen Raub aufgezeichnet haben. Wenn ich den Code für das Türschloss bekäme, könnte ich vielleicht etwas Licht in die Sache bringen. Ich brauchte immer noch den Code... Okay, wir brauchen immer noch den Code. Das Kabel führte von der Kamera in den Raum mit dem Privatschild. Die Büste stand recht wackelig auf dem Podest. Ich wollte sie nicht runterschubsen. Warte mal, da fällt mir ein. Wir haben noch so ein Rasierwasser. Vielleicht können wir mit diesem Rasierwasser den alten, dicken, fetten... ...den wir eh nicht leiden können, wecken. Geht das? Okay, er geht da hin. Laut Etikett weckt das Zeug das Tier in dir. Gut, ein Versuch kann nicht schaden. Sehr schön. Knallhart. Ins Gefries. Was war das denn? Das roch ja wie in... Wie in den 70er Jahren. Wo bin ich? Sie waren ohnmächtig. Nagelknipser. Wir bekommen einen Nagelknipser. Im Nagelknipser war das Monogramm HL eingraviert. Für Hector Lane. Er musste aus seiner Tasche gefallen sein. Ja, ist es auch. Ist es auch. Ich frage mich nur, was wir jetzt noch machen müssen. Frag den mal. Vielleicht weiß er ja was. Wir kommen zurück im Land der Lebenden. Ich würde das nicht unbedingt Leben nennen. Natürlich nicht. Stehen Sie da nicht so rum? Holen Sie mir etwas zu essen. Ich habe einen fürchterlichen Schock erlitten. Verstehen Sie? Äh, Pizza? Pizza. Ich habe ein Stück Pizza gefunden. Ich wollte Nahrung. Keine Pappsimulation. Na gut, wenn Sie es nicht wollen. Das habe ich ja nicht gesagt. Geben Sie schon her. Pappsimulation. So etwas höre ich ja auch zum ersten Mal. Unter den gegebenen Umständen war das erstaunlich passabel. Also, was ist dir vorgefallen? Oh, Henri. Ist er tot? Ich fürchte, ja. Der arme Kerl. Sieht ihm aber ähnlich, anderen das Rampenlicht zu stehlen. Krass. Verzeihen Sie. Kenne ich Sie? Ja, unsere Wege haben sich schon mal gekreuzt. In der Glees Gallery. Natürlich. Der Kerl mit dem Absinth. Sie haben nicht zufällig... Leider nicht. Schade. Tut mir leid, aber ich kann mich nicht an Ihren Namen erinnern. George Stobbert. Ich bin George Stobbert. Bei mir war diese Ausstellung versichert. Ha! Dann hoffe ich mal, dass Sie eine gut gefütterte Brieftasche haben, mein Junge. Könnte ich Sie etwas fragen, Mr. Lane? Nur zu. Okay. Kannten Sie den Galeriebesitzer? Natürlich. Wir haben zusammen an dieser Ausstellung gearbeitet. Ach ja? Henri stellte den nötigen Platz zur Verfügung. Ich war die kreative Kraftquelle. Wie lange kannten Sie ihn schon? Als Freund? Viele Jahre. Unsere berufliche Zusammenarbeit ist erst vor kurzem zu dieser Ausstellung erblüht. Unter meiner Schirmherrschaft als Kurator. Und nun geht der arme Kerl einfach hin und lässt sich umbringen. Wenn Lane etwas mit der Galerie zu tun hatte, kannte er bestimmt den Code für diese Tür. Wissen Sie etwas über das gestohlene Gemälde? Natürlich, mein Junge. La Maledictio. Ein kaum bekanntes Werk tauchte im letzten Moment auf. Was ist mit dem Mörder? Konnten Sie einen Blick auf ihn werfen? Ein Delinquent mit einer Blechmütze. An mehr kann ich mich wirklich nicht erinnern. Ach ja, Sie wurden ja ohnmächtig. Menschen mit einem ausgeprägten Sinn für Ästhetik reagieren empfindlicher auf Gewalt. Natürlich. Natürlich, was haben wir hier? Nagelknipser, was hier was? Sie waren der Kurator dieser Ausstellung? Worum ging es dabei? Eine brillante Retrospektive. Ein dialektisches Sichtfenster auf den laufenden Diskurs der europäischen Kunst mit den ungelösten Psychosen der Nationalstaatlichkeit. Ja, genau so hätte ich das auch ausgedrückt. Wenn Sie diesen Laden mitleiten, dann können Sie mir doch bestimmt den Code zu dieser Tür da verraten. Den Code für das Büro? Ich dachte nur, Sie kennen ihn vielleicht. Tue ich auch. Aber ich kann Sie auf keinen Fall da reinlassen, ehe die Polizei da ist. Ich vermutete, dass ich auf die nette Tour niemals den Türcode von Lane erfahren würde. Ich musste etwas mehr Druck ausüben. Okay. Mr. Lane, Sie müssen mir einfach den Code für diese Tür verraten. Und warum bitte sollte ich das müssen? Weil Sie für die Ermittlungsbeamten der Hauptverdächtige sein werden. Wir wissen beide, dass Sie unschuldig sind, Mr. Lane, aber die Polizei wird das nicht ganz so einfach sehen. Ich könnte Sie von Ihrer Fährte ablenken, aber im Gegenzug bräuchte ich den Code für die Bürotür. Das ist doch lächerlich. Die Polizei hätte weder Motiv noch irgendwelche Beweise. Komisch, dass Sie das jetzt gerade erwähnen. Jemand hat die Alarmanlage des gestohlenen Gemäldes sabotiert. Ein Kabel wurde durchgeschnitten. Ja. Was? Wer konnte sich denn an der Alarmanlage zu schaffen machen? Gute Frage. Es war ein Insiderjob, Mr. Lane. Sie wollen doch nicht etwa andeuten, ich hätte... Nun, ich fürchte, genau so wird das die Polizei aber sehen. Das ist doch absurd. Wie soll ich denn das Kabel durchgeschnitten haben? Ein ungewöhnliches Gemälde taucht in Ihrer Ausstellung auf und wird prompt gestohlen. Das sieht nicht gut aus, oder? Und was wollen Sie damit sagen? Die Polizei wird Ihnen ein paar unangenehme Fragen stellen. Der will uns einfach den Code nicht sagen, ne? Ich war ein paar Tage nicht in der Stadt. Und gestern Abend bin ich früh zu Bett gegangen. Das sagen Sie. Sie werden mich nicht einschüchtern, damit ich Ihnen den Türcode gebe. Vergessen Sie es. Ich war dicht an irgendwas dran und ich wusste es. Lane fing an zu schwitzen. Kein schöner Anblick. Kein noch ein bisschen. Ich nehme an, Sie haben Ihre Meinung nicht geändert, was den Türcode angeht? Ganz bestimmt nicht. Und Sie können mir auch weiterhin keinen guten Grund dafür nennen. Vielleicht kann ich genau das doch, Mr. Lane. Ich sag das nur ungern, Mr. Lane. Aber Sie werden der Hauptverdächtige für diesen Mord sein. Das hatten wir auch schon. Das sagten Sie bereits, Mr. Stobart. Sie waren also nicht in der Stadt und sind gestern Abend früh zu Bett gegangen, ja? Stimmt genau. Ich war seit Tagen nicht mehr in der Nähe der Galerie. Ist das Ihr Nagelknipser, Mr. Lane? Ja, da ist mein Monogramm eingraviert. Hm. Das perfekte Werkzeug, um damit das Kabel der Alarmanlage an dem gestohlenen Gemälde zu kappen. Da hat er ihn. Was reden Sie da? Nun, die Alarmanlage wurde sabotiert, Mr. Lane. Es war ein Insiderjob. Sie beschuldigen mich? Wie können Sie es wagen? Ich hatte keinen Grund, Henri zu töten. Nicht das kleinste Motiv. Das sagen Sie. Nur bezweifle ich, dass die Polizei das ebenso sehen wird. Und ich hätte zu gerne diesen Türcode. Wie wäre es mit etwas mehr hiervon? Lieber nicht. Als Ersatz für Riechsalz war das Zeug akzeptabel. Als Rasierwasser wäre es reine Barbarei. Ich glaube nicht, dass wir... Mr. Lane, dieser Raub wirft ein ganz schlechtes Licht auf Sie. Dass wir den Code bekommen. Ich bereits sagte, ich gehe das Risiko ein. Sie werden den Türcode nicht bekommen. Nun, Sie müssen zugeben, das mit dem durchtrennten Kabel sieht nicht gut aus für Sie. Wie gesagt, das ist eine absurde Unterstellung. Mehr haben wir nicht. Wie sieht es aus, Mr. Lane? Ganz bestimmt. Schuldig aufgrund eines beweiskräftigen Nagelknipsers. Ich war ein paar Tage nicht in Paris und bin erst heute Morgen zurückgekommen. Wie soll ich das Kabel durchgeschnitten haben? Mr. Lane, dieser Raub wirft ein ganz schlechtes Licht auf Sie. Wie ich bereits sagte, ich gehe das Risiko ein. Mann. Sie werden den Tür... Ja, wird er nicht bekommen. Sie waren also nicht in der Stadt und sind gestern... Stimmt genau. Ich war... Ja, kennen wir auch schon. Ich sag das nur ungern, Mr. Lane. Aber Sie... Das sagten Sie... Komm, scheiß drauf. Ich beschloss, Sie in Ruhe zu lassen. Vielleicht kann der Pater uns ja was sagen. Pater? Irgendwas müssen wir ja finden jetzt. Ja, mein Sohn. Ja, mein Sohn. Ich glaube, hier geht etwas sehr Merkwürdiges vor sich. Ja, Mr. Stobbart. Endlich erkennen Sie die Wahrheit. Nein, Pater. Ich wollte damit sagen, dass der Raubmord offenbar ein Insiderjob war. Das Werk des Teufels ist immer ein Insiderjob. Ein Kabel der Alarmanlage des Gemäldes wurde absichtlich durchtrennt. Vielleicht hat es der Teufel persönlich gekappt. Aber soweit ich weiß, sind in letzter Zeit sehr wenig geschweifte Kerle mit Hörnern und Klumpfuß gesichtet worden. Sie machen sich über mich lustig, Mr. Stobbart. Aber wie Sie noch merken werden, lacht der Teufel gerne als Letzter. Kennen Sie den Code, mit dem man ins Büro gelangt? Nein. Aber Sie könnten ja beten und Gott bitten, Sie zu leiten. Bei allem Respekt, Pater. Aber ich suche nach einer etwas schnelleren Lösung. Wissen Sie sonst noch etwas über El Serb? Ich habe Ihnen schon alles gesagt, was ich weiß. Vielleicht war es ja der Pater. Können Sie mir sonst noch irgendwas über La Maledictio erzählen? Ich habe Ihnen zu diesem Thema alles gesagt, was ich dazu sagen will. Will. Pater, wie wäre es mit einem Spritzer? Gott bewahre. Spritzer. Erkennen Sie das hier? Den Nagelknipser? Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Okay, irgendwas müssen wir machen. Ach, wir können sogar noch rausgehen. Pizzakarton. Ich beschloss. Bei dem finden wir ja auch nichts mehr, oder? Da hatten wir ja alles. Zack, nicht da. Brille. Tja, heute Mathe, morgen Platte. Ich beschloss, Henri's Toupet in Frieden ruhen zu. Okay. Sonst ist hier gar nichts. Jetzt weiß ich auch gar nicht, was wir machen sollen. Ich brauchte immer noch... Gemälde. Gemälde. Ihr könnt auch gerne helfen. Hm. Das Kabel führte von der Kamera in den Raum mit dem Privatschild. Ja, das kennen wir ja schon alles. Ich geh mal raus. Mal gucken, was wir da rausfinden. Vielleicht hat der Dieb, der Mörder, ja irgendwas fallen gelassen. Eine ruhige Straße in einer gehobenen Gegend. Nicht gerade das ideale Pflaster für Gelegenheitsdiebe. Ähm. Galeriefenster. Der Raum sah aus wie eine Art Büro für die Galerie. Ich konnte das schwache Leuchten des Überwachungsbildschirms in der Ecke erkennen. Jetzt geht er mal pissen. Eins muss man den Franzosen ja wirklich lassen. Die wissen, wie man stilvoll pinkeln geht. Stilvoll. Das war ein Pissoir. Metro Station. Von hier draußen konnte man das gestohlene Gemälde nicht sehen. Dieser Raub war definitiv geplant gewesen. Geplant gewesen. Warte, warte, nicht rein. Jetzt geht er doch rein. Warte, warte, nicht rein. Warte, warte, nicht rein. Warte, warte, nicht rein. Warte, warte, nicht rein.